Hallo, willkommen zu meinem Kanal. Mein Name ist Gaby Schlegel, ich bin selbstständiger Gesundheits- und Abnehmcoach und ich möchte euch heute über eine weitere Woche in meiner Gruppe berichten und was mir so für Fragen gestellt worden sind. Was für ein Fazit ich gezogen habe, wie es mir selber geht und so weiter. Also in meiner Gruppe läuft es eigentlich hervorragend. Und die Frauen und Mädels sind wirklich mit Eifer dabei, posten fleißig ihre Rezepte und ihr Essen. Das ist bei mir nämlich Pflicht. Was heißt Pflicht? Es ist wohl freiwillig, aber die meisten tun es, manche halt auch nicht. Aber es ist halt so, weil manches hat halt einfach anders dann Prioritäten. So, also die sind voll lecker dabei und meine Coachings laufen auch prima, muss ich gestehen. Also ich hatte bisher fünf oder sechs Einzelcoachings im Rahmen meiner Gruppe einfach, weil es noch bis Ende Februar umsonst ist. Und danach werde ich 29 Euro verlangen, auch für alle anderen. Also wer sich da meldet und ein Coaching von mir möchte, kostet 29 Euro. Ja, jetzt zu den Fragen. Es ist mir gestellt worden, wie man von der Süßigkeiten-Sucht loskommt. Also da muss man verstehen, dass diese Lust nach Süßigkeiten daherkommt, dass man wahrscheinlich zu wenig Vitalstoffe aufnimmt. Das heißt, man sollte eigentlich gucken, dass es genug Gemüse gegessen wird, Salate gegessen wird. Also ich esse mich da wirklich satt an Salaten. Und das andere, was ich danach noch esse, ist eigentlich bloß eine kleine Portion. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gestern Abend gab es Gemüsespaghetti bei mir und ich hatte wieder eine Riesenschüssel Salat vorher und danach die Gemüsespaghetti aus Zucchini und dann habe ich noch Sellerie mit reingetan und Karotten und richtige Sohn-Sugo gemacht. Und ja, ich hatte keine Lust auf Süßigkeiten. Ich merke es aber, wenn ich recht viel anderes Zeug esse, wie jetzt zum Beispiel mal irgendwas mit Weizen oder was anderes Ungesundes, dann kommt es bei mir auch vor, dass ich dann total Bock auf Süßes habe. Also es war bei mir genau nach Weihnachten so schlimm. Da haben wir einmal Pizza bestellt, weil nichts im Haus war oder ich hatte auch keinen Bock zu kochen, genau weiß ich es nicht mehr. Und dann hatte ich so Lust auf Süßes wegen dem Weizen, der praktisch in dem Teig, in dem Pizzateig war. Ich hatte so Bock auf Süßes, das ist schlimm. Also Leute, lasst den Weizen weg, weil das macht süchtig und es macht auch Bock auf Süßigkeiten, wirklich. Also erstens, sein Hauptbestandteil der Mahlzeiten sollte aus Vitalstoffen bestehen. Obst, Gemüse, Sprossen, Hülsenfrüchte, so was kann man alles essen. Und wenn einem doch die Lust auf Süßes überkommt, dann würde ich Süßigkeiten selber machen. Und das geht ganz easy. Meistens nehme ich als Grundlage Kokosflocken und dann ein bisschen Dattelsirup mit rein oder auch Stevia-Pulver, aber bitte nur wenig, weil das schmeckt so arg intensiv dann immer. Und dann kann man es in Kakao wälzen oder in Schokolade tauchen. Aber bitte passt drauf auf, welche Inhaltsstoffe drin sind, dass es nicht noch zusätzlich gesüßt ist oder ihr nehmt Backkakao oder sonst irgendwas. Also im Internet gibt es eine Fülle von Süßigkeiten zum Selbermachen und die kann man ruhig im Voraus machen und dann ruhig mal auch so zwei, drei Kugeln naschen oder das auch dann mitnehmen zur Arbeit, damit man nicht in die Versuchung kommt, irgendwas Schlechtes wie Snickers oder sonstigen Schokoriegel oder womöglich noch irgendwelche so Kaubombom oder irgendwas noch Schlimmeres zu essen. Deswegen kann man sich das ruhig selber machen und das ist dann auch keine Sünde, das ab und zu zu naschen. Dann ist mir die Frage gestellt worden, wie ich jetzt damit umgehe, dass es einfach keine Milchprodukte mehr in meinem Leben gibt, weil manche Leute haben wirklich Schwierigkeiten von Kuhmilch loszukommen und von Joghurt. Also da gibt es wunderbare Alternativen. Also Kokosmilch ist das Allerbeste. Das kann man dann auch verdünnen und über sein Müsli zum Beispiel kippen. Das mache ich immer so viel Kokosmilch und so viel Wasser. Dann schmeckt es wohl noch süß, aber eben nicht mehr, hat nicht mehr diese Kalorien und das ist wunderbar. Man kann auch ab und zu Hafermilch, Reismilch, Sojamilch, sowas eben nehmen. Also mir fehlt irgendwelche konventionellen Joghurts überhaupt nicht und andere Milchprodukte, also Kuhmilch, um Gottes Willen, es ist so schlecht, weil es entzündungsfördernd ist. Und ich habe ja sowieso früher sehr mit Rheuma zu kämpfen gehabt und deshalb verzichte ich gerne auf Kuhmilchprodukte. Ich glaube, mir wird es jetzt nicht mal mehr schmecken. Ich habe jetzt seit letztem Jahr im Mai keine Kuhmilchprodukte mehr gegessen. Mir fehlt es auch gar nicht, auch kein Käse, weil die Leute haben immer Probleme, auf Käse zu verzichten. Da kann man ein bisschen so Käsesauce aus Cashews und Gewürzen und Hefeflocken selber ein bisschen so Käsesauce machen, Hefe schmelzt oder wie man sich das vorstellen kann. Oder dann eben auch mit Zitrone mit rein und das kann man als helle Soße nehmen. Also Käse fehlt mir gar nicht, weil Käse ist, glaube ich, noch schlechter als normale Kuhmilch. Also, nee, also brauche ich nicht mehr und würde auch keinen empfehlen, der gesundheitliche Probleme irgendwie hat, weil Käse verschleimt auch den Darm und den Magen und alles verklebt die Darmzotten und deswegen ist auch praktisch der Darm nicht mehr aufnahmebereit für nämlich die ganzen Vitalstoffe und Vitamine, die man in sich reinfuttert. Weil ihr müsst euch das vorstellen, wenn die Darmzotten, das sind ja wirklich riesige Flächen, so groß wie, glaube ich, ein ganzes Fußballfeld, wenn man das ausbreiten würde. Und wenn dann die ganzen Feinheiten innen drin alles verklebt sind durch eben die Milchprodukte, dann kann der Körper die gesunden Sachen einfach nicht mehr aufnehmen. Deswegen, Leute, lasst das weg. Es schadet euch wirklich. So, das waren jetzt die beiden Fragen. Jetzt kommen wir mal zu mir, wie es mir so geht. Also, ich bin zuerst ziemlich abgekackt nach meiner Kurabbruch, weil es ist ganz klar, ihr müsst euch das so vorstellen, der Darm war komplett leer. Der Darm war leer, der Magen war leer. Und plötzlich kommt wieder Nahrung. Also, ich habe natürlich langsam angefangen. Erst mal ein bisschen nur Gemüse, dann Gemüse mit Reis und so weiter, Salat. Das habe ich dann alles gegessen. Aber eben noch nichts Herzhaftes oder sowas. Und dann nach drei Tagen habe ich dann auch wieder normal gegessen. Aber der Magen war ja komplett leer. Der hat sich jetzt halt wieder gefüllt. Und deswegen habe ich in den ersten zwei, drei Tagen, ihr seht es an dieser Kurve hier, extrem wieder an Gewicht zugelegt. Es waren, glaube ich, 1,5 Kilo. Gleich am nächsten Tag oder am übernächsten. Und dann habe ich mir gedacht, oh je, jetzt war ja das Ganze umsonst, was ich gemacht habe. Aber das war nicht umsonst. Weil ich habe nämlich seit heute früh alles wieder runter, was ich praktisch jetzt wieder drauf gefuttert habe. Und sogar noch 100 Gramm mehr. Ja, also es liegt natürlich auch immer nach auf... Es liegt auch an der Verdauung. War man da früh auf Toilette vor dem Wiegen oder nicht oder wie oder was? Und wie schwer, dass man gegessen hat, wie viele Kohlehydrate ich am Abend zuvor zu mir genommen habe. Und ich muss sagen, ich habe das wieder in den Griff. Also mein Wochenfazit, heute zu letzten Samstag, Sonntag waren jetzt genau 100 Gramm Minus. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es macht überhaupt nichts, weil ich hatte ja eigentlich Plus von 1,5 Kilo noch letzte Woche nach diesem Abbruch der Kur. Also, ich bin vollends zufrieden. Das ist jetzt wieder alles weg. Das heißt, ich habe abgenommen und ich habe auch meinen Sport gemacht diese Woche. Hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ach ja, was ich noch erzählen wollte. Ich bin ja auch kein Übermensch und ich hatte nach Abbruch der Kur so Bock auf Schokolade. Ich muss es euch gestehen. Ja, ich hatte Bock auf Schokolade. Und hatte in meiner Nassschublade, also wir hatten früher eine ganze Schublade voll Süßkram. Und da habe ich jetzt wirklich schon ewig nicht mehr reingeguckt, weil ich das einfach nicht mehr brauche, normalerweise. Aber ich war so ausgehungert nach dieser Kur, dass ich da rumgekramt habe, wie blöd. Normalerweise ist das Zeug nur noch meine Tochter, was da drin ist. Aber ich bin mir vorgekommen, als hätte ich da schon totales Defizit und ich habe richtig gelächter. Hoffentlich finde ich noch was, hoffentlich finde ich noch was, was ich einigermaßen essen darf und habe dann eine vegane Reisschokolade gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Aber ich habe ehrlich gesagt so Bock drauf, dass ich eine halbe Tafel am Stück zusammengeputzt habe. Ja, es ist so. Ich habe eine halbe Tafel Schokolade gegessen und dann habe ich mich, war ich so wütend auf mich selber, warum das jetzt sein muss. Aber ich habe dann irgendwie verstanden, dass ich das in dem Moment gebraucht habe. Und die andere Hälfte habe ich dann sofort in den Abfall geschmissen und dann auch gleich noch was anderes drauf geschmissen, dass ich es ja nicht mehr vorholen kann. Also das war jetzt der einzige Ausrutscher, den ich jetzt hatte diese Woche. Und ich muss sagen, es ist passiert. Ich kann es nicht ändern. Ich bereue es jetzt auch nicht. Wer weiß, was ich sonst noch mir einverleibt hätte, wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte. Und in Zukunft werde ich mir jetzt auch meine Süßigkeiten selber machen. Aber wie gesagt, ich habe kaum noch Bock drauf, weil ich mich ja so gesund ernähre. Und dann habe ich eigentlich durch meine Vitalstoffe ist der Körper optimal versorgt. Und dann verliert man die Lust am Süßen. Ja, das war jetzt meine Woche. Und nächste Woche geht es weiter. Was Besonderes geplant habe ich jetzt nicht, außer so weiterzumachen, meine Damen zu betreuen und wieder noch ein bisschen mehr Sport. Einzubauen, weil ich habe eigentlich bloß immer meinen Sport am Vormittag gemacht. Also früh gleich um acht und dann abends eigentlich nichts mehr. Und vielleicht könnte ich da auch noch ein paar Minuten wenigstens einbauen. Weil ich hatte jetzt sehr, sehr viel an den Thera-Bändern geübt und muss sagen, ich habe das Krampolin ziemlich vernachlässigt. Und das werde ich dann am Abend dann auch wieder machen. Weil ich meine, es geht mir zu wenig vom Fettanteil weg. Es ist so, dass ich gestern noch nur, nur in Anführungsstrichen 39 irgendwas hatte an Fettanteil. Und heute früh, ich hatte zwar Gewicht verloren, jetzt wieder, aber jetzt ist der Fettanteil wieder gestiegen. Und das ärgert mich. Ich muss jetzt wirklich gucken, dass ich Muskeln aufbaue und das Fett ab. Also das ist mein Ziel für die nächste Woche. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr dürft gerne in meine Gruppe schauen. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Musik 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 Musik